hallo und herzlich willkommen zurück ich hier geht schon wieder alle hier sind so jetzt haben wir zwei jetzt wird es nämlich irgendwie los wo ist er da sind noch welche da ist er wir haben ihn bekommen er ist so schnell nachladen wo sagt du doch nicht der macht aber auch geräusche das satan dübel wo bist du bist du komm her also habt ihr ihn gesehen da hängt er fest das ist ja gar nicht das ist noch mal normaler wo ist er jetzt hin würde ich doch so wo ist jetzt der dicke ich würde jedoch staufen der ist aber auch schwarz ne weise gott gott kommt hoch gott jetzt muss er nach landen scheiße klar ist weg oh gott da ist er hey 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 immer ganz ruhig das hast du davon stopp den haben wir auch ja dann muss man nachts vorbei alles klar gut abgehakt und dann gehen wir mal hier hin zur übergabe da muss ich da jetzt fuß ja wir müssen uns erst mal treffen da sind sie los vorwärts ok wir haben wir haben einen kapitan das die gefangenen frei das ist okay da war ein hinterhalt oh gott da müssen wir hin hey lasst mich hier in ruhe wie kann ich die denn jetzt wiederbeleben ah fuck ja machen wir es noch mal ok die sind nicht ganz koscher und das war auch nicht one hit wir haben euren kapitan lasst die gefangenen frei wir akzeptieren keine befehle von euch aber ja wir schicken die gefangenen jetzt los hoffentlich schießen die schaffschützen nicht jetzt geht das hier rund das war one hit ok sie ist in sicherheit da können wir jetzt auch mal ein bisschen trouble machen wa oh das war das war der falsche gut die haben wir da hinten ist noch da hinten sind noch welche hey was war das denn oh me soll da jemand fliehen beim fati gibt es kein schleen gibt es nur sterben so da haben wir sie gerettet das nehme ich noch mal mit genau wie das hier okay wer ist harry os da haben wir sprechen mit gilberto die operation ist beendet kapitän diaz ist tot aber felicia ist in sicherheit aber wenn es euch beiden gut geht dann soll diaz ruhig in der hölle schmoren das jetzt schau ich mal bei felicia vorbei die amste braucht sicher einen drink und eine dusche wie wir alle adios gilberto besuch mich doch mal äh moment eine frage hätte ich noch ich muss sergio hier rausbekommen glaubst du dass er libertad helfen könnte bestimmt benito führt operation vor der küste durch und kann guerrilleros wie ihn gut gebrauchen alles klar japanische geschichte fertiggestellt abgeschlossen noch mal 100 points sergio als unser kommandante jetzt so hier ist aber noch eine kiste die ruhig noch und schnell ok warum müssen wir denn jetzt lang hier müssen wir wie kommen wir da denn jetzt hoch ja da müssen wir rein da müssen wir hoch wenn wir hoch springen was ist hier hier ist auch nichts ein toter scharfschützer ist hier das ist ja jetzt blöd wie komme ich da denn jetzt rein oder von unten ne da komme ich auch nicht rein gut dann nicht ich will hinten nochmal gucken da irgendwo ein eingang ist das licht steht aber in diesem spiel jetzt echt scheiße ne da kommen wir nicht rein alles klar gucken wir mal auf dem map was wir noch alles haben hier wir haben hier nochmal eine järanische geschichte wir haben da nochmal eine geschichte ich würde sagen gehen wir hier mal weiter oh das wollte ich eigentlich gar nicht aber das ist drauf das ist ein der ist dicht dran und nämlich auszusehen f gedrückt ok ein kontrollpunkt alles klar hier liegt wieder alles voll so wo haben wir 200 meter gehen wir mal direkt dahin hier haben wir dann doch nochmal mehr wert gehabt das wir hier unten starten 180 schnell wieder raus bevor da so ein hecht kommt okay dann sind 300 meter doch noch eine rolle entfernung so hier haben wir ihn ich muss mit dir meine tochter und ihr dämlicher freund haben sich festnehmen lassen einer meiner helfer war dabei und meinte dass jetzt noch ein sargento hierher kommen wird um fragen zu stellen immer wenn sie einen neuen idioter hierher versetzen versucht er aggressiver zu sein als sein vorgänger versteck dich auf dem boden und sieh dir an was ich meine leute wie die können nur reden sie werden mich bedrohen aber ich denke ich werde herausbekommen wo sie gloria festhalten wenn du mich verrückt sagen hörst heißt das dass ich es herausgefunden habe dann kannst du die arschlöcher töten alles klar machen wir doch okay so ja und da kommen sie schon ich bleib draußen pass auf dass wir nicht gestört werden aber Ich bin Sargento Savon. Ich wurde beauftragt, in dieser Gemeinde aufzuräumen. Ah, genau wie der letzte Typ. Viel Glück damit. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Sie eine Menge über Libertad wissen. Das Einzige, was ich über die Guerrieros weiß, ist, dass sie mir mehr Ärger machen als ihr Soldados. Das tun Sie ganz sicher. Jedes Mal, wenn Sie kommen, sage ich es sofort der Armee. Sparen Sie sich das. Ich weiß, dass Ihre Tochter mit der Guerilla zusammenarbeitet. Ich habe sie und ihren Libertadfreund gerade festgenommen. Was? Gloria? Unmöglich. Wo ist sie? Sie ist immer noch hier in Fernando. Sie ist eine Kollaborateurin. Genau wie sie. Das ist die Gemeinde. Aber wo genau? Ich habe gar keine Zeit zu kollaborieren. Ich brauche Informationen über alle neuen Guerrieros, die hier durchgekommen sind. Haben Sie den Namen da nicht schon einmal gehört? Der Name sagt mir nichts. Wo sind die Guerrieros, Depots? Depots? Keine Ahnung. Ich will meine Tochter sehen. Wo ist sie? Sie ist sicher. Fürs Erste. Ich verstehe. Wie viel muss ich Ihnen zahlen? So läuft das nicht. Sagen Sie mir, wo sich das Feldlazarett der Guerrierer befindet. Ich weiß es nicht. Wo ist Gloria? Wenn ich sie sehe, bezahle ich. Signora Tochter. Gloria ist auf einer Finca in der Nähe. Die wird sie heute verlassen. Sagen Sie die Wahrheit und sie bleibt am Leben. Wenn Sie lügen, stirbt sie. Bauernhof. Ihr Bauern seid alle gleich. Ihr lügt mir alle frech ins Gesicht. Ich lüge nicht. Ich habe heute mit einem deiner Bauern geredet. Er wollte nichts sagen, also haben wir russisches Roulette gespielt. Das letzte, was er sagte, war, Tochter arbeitet für Libertad. Dann habe ich ihn erschossen. Ich arbeite nicht mit Libertad. Er hat nur eine Runde durchgehalten. Versuchen wir es nochmal. Sagen Sie mir, was Sie über Libertad wissen. Der Bauer hat gelogen. Wer war es? Ich weiß gar nichts. Nein, 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 nein! Ich habe seinen Hof im Namen von Yara konfisziert. Signor Juan Torrena erstellte Libertad über sein eigenes Land. Juan Torrena. Machen Sie nicht denselben Fehler. Sagen Sie mir, was Sie über Libertad wissen. Er lügt. Er ist verrückt. Das müssen Sie mir glauben. Ich halte das nicht mehr auf. Hey, ich finde es mal ein bisschen dran. So. Ja, Junge. So, haben wir sie? Wo kamst du denn jetzt noch her? Also. Wir müssen... Hinter uns ist was. Aber da kommen wir ja auch nicht mit Fliegen hin. Dann laufen wir da mal schnell hin, ne? Na, hier ist... Hier ist... Hier ist nicht tief genug, damit ich das Leiden... Äh... Bargleiden kann. So, wie komme ich da am besten rüber? Okay, dieses Ziel kennen wir auch schon. Hier waren wir auch schon mal, oder? Ja, klar. Hier war das mit dem Strom. Genau, da war das Strom, Ding. Okay, gehen wir mal weiter. So. Dann haben wir da eine Finca. Wo die beiden sind. Hoffen wir, dass die beiden noch leben. 150 Meter. Finca de Kakao. Oh ja, hier wird Kakao angebaut. Hier ist das gefährlich. Hey. Erstmal ein bisschen gucken. Da ist noch eine. Okay, da ist einer. Okay, hier ist noch zwei und einer. Okay. Ja, das liebe ich an dieser Waffe. Die hat übelst viel Power. Und die geht auch durch zwei durch. Und das ist auch tödlich. Und das One-Hit. Ja, ich komme. Darauf zu stressen. Kein Thema. Hier ist noch eine kleine Kiste mit Sprühdosen. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Oder was? Ach nee, mit ihr sprechen. Alles klar, da ist sie. Deine Mutter macht sich Sorgen. Mach ich. Versprochen. So, abgeschlossen. Wo ist der Typ? Das ist der hier, boah. Wärts nicht geschafft. Warte, ey. Fuck. Ja, so läuft's dann einmal, ne? Ich möchte mich für die Rettung meiner Tochter bedanken. Mein Thema. Ab sofort werden meine Bauern und ich lieber Tat unterstützen. Das verspreche ich. Das ist doch schön. Und wir haben ein kleines Geschenk. Es wartet bei meiner Finca. Alles klar. Es wartet bei ihrer Finca. Wie gut ist das? Ja. War das dieses hier? Okay. Ich würde aber sagen, machen wir hier einen Break. Ich gucke doch mal nach, was wir da gekriegt haben. Und ich hoffe, hat das Hallo euch gefallen. Lassen Sie ein Like da. Lasst ein Abo da. Schreibt mich in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und Tschüss.